hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist olivier isabel und der vlog startet jetzt es ist 8 uhr früh ich gehe nicht zum sport auch wenn es vielleicht so aussieht welchen sport outfit an habe ich habe jetzt gleich meine letzte prüfung von meiner prüfungsphase dann habe ich ich habe dann sieben prüfungen geschrieben und für alle richtig krass gelernt genau ich habe hier auch schon meinen schneider damit werde ich jetzt auch weiter lernen aber was ich euch zeigen wollte ist kurz mein outfit weil das ist richtig chillig das habe ich jetzt an um die prüfung zu schreiben einmal diese sport leggings von oceans apart das top und die jacke ich finde die sweatshirt jacken sehr sehr nice sie haben richtig coolen schnitt und ich habe die gleiche auch noch in weiß habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen und das set ist auch sehr sehr schön das hat hier oben so einen viereckigen cutout finde ich auch mal etwas eleganter und nicht zu sportlich auch beim sport und die hose ist wieder super angenehm richtig dünn hier oben so dass man gar nicht merkt man hat eine hose an genau und die farbe fand ich auch nicht schlecht das ist so ein dunkelgrau steingrau keine ahnung wie das auf der seite heißt genau wenn ich perfekt kann man zu weiß und zu schwarz anziehen ich bin dann nämlich ein bisschen empfindlich sagen wir es mal so genau aber ich trage zurzeit wirklich gern diese sweatshirt jacken my favorite kann man echt überall drüber ziehen und ich habe auch gemerkt beim sport ist es wirklich gut wenn man mit einer sweatshirtjacke oder einem pulli dahin geht weil danach schwitzt man und ich dusche nicht dort sondern dann zu hause und dann ziehe ich lieber so eine jacke an wo dann der schweißgeruch reingehen kann anstatt in meine richtige winterjacke oder meine anderen klamotten weil die kann ich dann einfach waschen genau and that's it ich nehme da hinten gerade ein zeitraffer video auf vom sonnenaufgang eigentlich aber irgendwie ist die sonne jetzt weg also sieht eigentlich mega nice aus vorhin war auch noch mehr sonne da die leute von instagram kennen diesen tisch wahrscheinlich der ist echt riesengroß genau wir werden jetzt alles zusammenpacken und ich werde noch aufräumen weil das ja unsere letzte prüfung das heißt wir lernen danach nicht mehr und ich habe wirklich danach keine lust hier nochmal alles aufzuräumen deswegen werde ich sie jetzt schnell machen so my friends ich bin wieder at home ich habe meine fingernägel machen lassen ich liebe die so sehr oh mein gott einfach weil die so lang sind und so hell also weiß ist jetzt meine go to farbe und ich weiß nicht ob man sehen kann also meine fingernägel die sind ja nicht nur weiß sie haben mir so ein french tipp also die sind rosa vorne sieht man echt ein bisschen schlecht aber i love it so much ich habe gerade mein stativ kaputt gemacht ich habe das hier abgerissen aber egal was kaputt ist ich klebe einfach mal alles mit sekundenkleber zusammen und es hält wie neu also genau ich werde es dann einfach rein kleben dann hält es wieder mein zimmer sieht richtig chaotisch aus wir haben einen wäschekorb der steht hier schon seit drei tagen ungefähr so weil ich die ganze zeit gelernt habe keine zeit hatte ich habe auch wimpern gemacht genau ich war heute auch beim wimpern machen ich war im solarium und ich war fingernägel machen direkt nach der prüfung ich bin jetzt erst seit kurzer zeit hier wieder zu hause in meinem zimmer und habe jetzt erstmal hier alles fresh gemacht schön lichter angemacht ich habe jetzt hier auch wieder eine lampe drin die war jetzt lange kaputt da ich mir jetzt auch so eine farbige lampe geholt deswegen ist das licht auch rosa und morgen habe ich einen friseurtermin da werde ich euch auch mitnehmen auf jeden fall werde ich jetzt mein zimmer aufräumen und dann Es ist jetzt 9 Uhr, ich werde jetzt zum Sport gehen. Ich habe um 12 Uhr meinen Friseurtermin, das passt perfekt. Genau, ich freue mich schon mega, weil das gefällt mir hier einfach gar nicht mit diesen blonden Strähnen da oben. Das sieht echt selbst gemacht aus und ich habe das auch tatsächlich selber gemacht. Auf jeden Fall, genau, das ist mein Outfit. Ich habe diesmal ein blaues Set an. Wieso ist mein Spiegel so dreckig? So, das ist heute mein Outfit. Ich habe heute das blaue Ocean's Apart Set an. Ich finde das so nice. Dieses Set, ich werde es euch wahrscheinlich direkt mal verlinken, also direkt das Set. Das ist wirklich das Beste, das gibt es in so vielen Farben. Und ich habe das jetzt auch selber schon in vier Farben. Genau, ich finde es mega, weil die Leggings, die passt. Also die ist nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz und die ist auch richtig dehnbar. Also die ist so gemütlich. Man merkt eigentlich gar nicht, dass man eine Hose anhat. Auch hier oben. Die ist schön eng, also hat hier schon so einen Bund, dass es eng ist, aber drückt nicht oder so. Und sieht auch nicht komisch aus. Und man sieht auch nichts durch. Also, man sieht wirklich nichts durch. Ich habe die auch noch in Türkis, in Sohella. Da hat man auch nichts durchgesehen. Genau, und das Top ist einfach basic. Ganz normaler Sport. BH gefällt mir aber auch sehr, weil es auch richtig... Also ich hatte ja schon Sportklamotten, die wirklich einfach sehr anstrengend anzuziehen waren und dann auch so eng auf der Haut waren. Nicht, weil ich es zu klein bestellt habe, sondern weil das Material einfach nicht stretchy war. Und ich finde, das ist bei Sportsachen extrem wichtig. Weil du dich ja auch bewegen können willst oder auch mal dehnen willst oder so. Und genau. So, friends, ich habe jetzt meine Haare zusammengebunden. Aber das ist der letzte Moment mit hässlichen Haaren. Und ich sage es euch, ich habe mich wirklich so unwohl gefühlt. Man sieht hier meine Extensions. Aber besonders wegen der Farbe habe ich mich so unwohl gefühlt. Ja, deswegen wird das jetzt gefixt. Und ich freue mich einfach nur. Und ich habe mir gestern selber einen Eyebrow Lift verpasst. Love it. Und so süße Snacks bekommen. Meine Haare werden jetzt gefärbt. Mein Ansatz sah ja so schlimm aus. Da machen wir jetzt die Strähnen, ziehen wir ein bisschen hoch. Und dann bekomme ich neue Extensions. Da hängen auch ganz viele. Yes. Und wir haben jetzt was zu essen bestellt. Ich freue mich. Das sind meine alten Extensions. Die werde ich mit heimnehmen. Die sind aber schon mega kurz. Ich habe die auch mal abgeschnitten. Die sind aber noch okay von der Qualität. Deswegen dachte ich mir, ich nehme sie jetzt einfach mal mit heim. Keine Ahnung, was ich damit mache. Genau. Ah, der Salon ist so schön. So, das ist jetzt die Farbe. Der Übergang ist, ups, der Übergang ist viel weicher. Wir haben mein Face Remming. Wir haben das gebleached, sodass es nicht mehr so gelb ist. Jetzt sieht es viel besser aus. Also, ich muss nicht unbedingt blond sein, aber ich muss so kühl sein, weil ich mag dieses warme blond nicht. Und das war bei mir ja schon sehr extrem. Ich war ja schon fast gelb. Gelb. So, so lang bleiben sie nicht natürlich. Oh mein Gott. Die sind jetzt gerade extrem lang. So bleiben sie nicht. Also, wir schneiden die noch ein Stückchen ab. Das ist jetzt komplett, das ist jetzt, wenn 60 Zentimeter drin sind. Sind sie so lang? No. So sieht es jetzt geschnitten aus. Also, nicht viel Unterschied. Aber ich wollte es auch so, weil die Extensions brechen ja auch ab. Jedes Mal, wenn wir die hochsetzen, müssen wir die wahrscheinlich ein bisschen abschneiden. Deswegen haben wir es jetzt so lang gelassen. Und ich finde es mega. So, so sieht es jetzt aus. Mega. Wie ihr seht, habe ich jetzt wieder lange Haare. I love it. Ich habe 100 Gramm Extensions drin. Das ist nicht so viel, aber ich finde es eigentlich perfekt für mich, weil alles andere würde wahrscheinlich sehr unnatürlich aussehen. Ich habe hier meinen Kalender, ich weiß nicht, ob ich euch den schon gezeigt habe. Ich glaube schon für das Jahr 2022. Ich plane gerade für die nächsten Wochen bzw. Tage, weil ich habe zwar Prüfungen vorbei, aber ich habe schon wieder so viel zu tun. Von genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sachen. Von 9 Sachen habe ich heute 2 geschafft. Und das ist, der Friseurtermin hat halt schon sehr lange gedauert. Deswegen, aber es ist jetzt eigentlich auch schon 10 Uhr. Genau, ich werde aber jetzt noch ein bisschen was machen. Ich bin so tot heute, weil ich auch nicht so viel getrunken habe. Und meine nächsten Tage sind auch schon wieder voll geplant. Also, yes. Nach den Prüfungen kommen immer alle gleichzeitig von vollem was mit mir machen. Und ich bin eh schon so voll. Aber Nägel, Wimpern und Haare habe ich jetzt schon gemacht. Von daher kann ich mir jetzt auch die Zeit für die anderen nehmen. Yes. I'm working, working all the time. Und mein Flug ist schon gebucht. Ich werde auch ein neues YouTube-Video dazu drehen. Das werdet ihr dann sehen, wo es nächste Woche für mich hingeht. Genau. Also, let's see. So, friends, it's a new day. Heute ist Donnerstag. Ich gehe jetzt eigentlich immer vormittags zum Sport. Wie ihr sehen könnt, heute in all black. Auch wieder von Oceans Apart. Das ist meine allerliebste Lieblings-Leggings. Total basic. Da ist kein Aufdruck außer hier unten. Einmal das Oceans Apart-Zeichen. Aber wie ihr seht, die sitzt so bombastisch. That's my outfit. So, was ich auch neu entdeckt habe. Und wahrscheinlich bin ich die Letzte auf dieser Welt, die das gecheckt hat. Dass man einfach immer Sweatshirt-Jacken drüber zieht, wenn man zum Sport geht. Weil, wenn man danach nämlich ein bisschen schwitzt und nicht dort duscht und dann diese Jacke anzieht, dann geht der Sweat in die Jacke und nicht in deine anderen Klamotten, die du anhast oder nirgendwo sonst hin. Und das ist perfekt, weil die kann man nämlich einfach waschen. Und es sieht auch noch nice aus. Und wenn es kalt ist, kann man die auch anlassen. Also, einfach perfekt. Und ich muss auch sagen, die ist natürlich auch von Oceans Apart. Aber die ist auch wirklich sehr, sehr bequem und sieht nice aus. Hat einen coolen Schnitt. Ist hier so ein bisschen enger. Das haben ja nicht mehr so viele Sweatshirt-Jacken. Hat eine große Kapuze. Also, sieht halt auch stylisch aus. So für den Alltag, wenn man sich mal chillig anziehen will. I love it. Ich liebe die Weiße davon auch. Deswegen, yes. So, ich bin hier gerade in meinem Schreibtisch. Ich habe noch ein bisschen Arbeit zu tun. Denn wir haben sehr viele Calls. Genau, über Zoom auf Instagram habt ihr es ja vielleicht mitbekommen. Für alle, die sich einfach nebenbei was dazu verdienen möchten und ein Online-Business aufbauen möchten, können sich auf jeden Fall bei mir melden. Genau, ich mache immer über den Tag eigentlich ein paar Calls. So, ich werde mich jetzt aber auch noch ready machen. Denn heute Abend machen wir eine kleine Hausfeier. Weil wir ja die Prüfungen geschrieben haben und halt mit den Leuten von unserem Studium. Aber wir sind nicht so viele, nur ein paar, mit denen wir halt so enger zusammengearbeitet haben. Die Prüfungen sind zwar schon wieder fast eine Woche her, aber wir haben alle unterschiedliche Prüfungen. Deswegen sind wir leider nie gleichzeitig fertig. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen es dann am Wochenende, also heute. Ich werde gleich noch einen Shein Haul abdrehen. Der kommt auch auf YouTube online. Genau, meine Haut ist so gut geworden. Also ich habe auch tatsächlich nichts gemacht. Ich habe einfach nicht mehr diesen Prüfungsstress. Man sieht halt diese Rötungen nicht mehr. Ich bin nicht mehr so blass. Und ich zeige euch jetzt was, was mir wirklich geholfen hat. Ich nehme diese Tabletten. Das sind Vitamintabletten. Vitamin B5 ist das. Die habe ich schon mal vor einem Jahr genommen. Glaube ich auch schon mal auf YouTube gezeigt. Das ist keine Werbung. Ich habe das natürlich selber gekauft. Ich habe es jetzt bei Amazon bestellt. Davon gibt es auch eine kleine Packung. Und das sind einfach Vitamintabletten. Ich nehme davon frühs eine und abends eine. Und das hat bei mir so geholfen. Wirklich. Ich hatte wirklich jetzt die letzte Woche von meinen Prüfungen, ich hatte so eine schlimme Haut. Mein Gesicht war rot. Ich hatte Pickel. Ich hatte, keine Ahnung, auch trockene Stellen, fettige Stellen. Total komisch. Genau, jetzt habe ich keinen Stress mehr. Es ist auf jeden Fall viel besser geworden. Und diese Tabletten haben meine Haut so richtig so smooth gemacht. Ich sehe aus, als hätte ich Make-up drauf. Jetzt mal ehrlich, ohne dass ich mich jetzt pushen will, weil ich hatte immer eine sehr schlechte Haut. Aber ich bin einfach null geschminkt. Und das ist einfach krass. Und ich habe an einem Tag auch tatsächlich mich vergessen abzuschminken. Und am nächsten Tag war meine Haut trotzdem nicht schlecht. Und wenn ich mich jetzt schminke, mache ich eigentlich zur Zeit nur noch ein bisschen Concealer drauf hier unter die Augen. Und ich habe hier so eine rote Stelle. Die habe ich schon immer. Man sieht es, glaube ich, ein bisschen genau hier. Da mache ich immer ein bisschen was drauf und sonst fast gar nicht. Ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer als immer dieses Full-Face-Make-up. Genau, das werde ich heute auch wieder schminken. Einfach basic. Und yes. Mmh, lecker Pancake. Mmh, Haare. Yes. Du, wieso hast du meine Schlafanzughose an? Ich habe die schon gesucht. Hab ich. And again. Let's go zum Sport. Ein letztes Mal. Ich weiß, irgendwie dieser Vlog besteht gefühlt nur aus, ich gehe jetzt zum Sport. Ja, ist halt so, wenn ich viel Freizeit habe, gehe ich halt auch gerne und viel zum Sport. Und ich werde noch ein neues Kästchen da hinten bekommen. Das sieht genauso aus wie das hier. Weil meine Schwester kriegt einen Schrank und ich nehme dann ihr altes Kästchen. Weil zur Zeit sieht es halt so aus. Die ganze Zeit. Weil das nicht mehr reinpasst. Das passt einfach alles nicht rein. Und ja, ich könnte das auch aufräumen. Aber ich nehme dann später das Kästchen und räume dann alles schön um und sortiere das auch. Deswegen sieht es gerade da hinten ein bisschen komisch aus. Ja, aber that's it. Und yes, I love my hair. Jetzt habe ich mir einmal hier Nudeln gekocht mit Sahnesauce. Mh, lecker. So, my friends, ansonsten war es das mit dem Vlog. Schaut auf jeden Fall bei meinem Shein Haul vorbei. Der kommt auch morgen online. Genau, heute ist ja Sonntag. Ich war beim Sport. Ich werde ansonsten nur noch jetzt die Videos schneiden und ein bisschen chillen. Das war es dann auch. Ich habe mich heute auch gar nicht ready gemacht oder so. Genau, and that's it. Wir sehen uns beim nächsten Video.